Faust Folge 22 Walpurgisnacht Dann kommt die Szene mit der Walpurgisnacht. Das wäre ein Video für sich, ein ganzer Film für sich. Die zentralen Passagen sind für uns. Wenn Mephisto sagt, lass du die große Welt nur sausen, wir wollen hier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, dass in der großen Welt man kleine Welten macht. Da sehe ich junge Hexchen, nackt und bloß, und Alter, die sich klug verhüllen. Seid freundlich, nur meinetwillen, die Mühe ist klein, der Spaß ist groß. Ja, das wirkt schon ein bisschen zotig und das wird noch schlimmer. Denn der Faust sucht sich jetzt diese junge Hexe und dann ist das relativ eindeutig, was er sagt. Also man braucht nicht viel Fantasie, um das Obszöne herauszuhören. Einst hatte ich einen schönen Traum, da sah ich einen Apfelbaum. Zwei schöne Äpfel glänzten dran, sie reizten mich, ich stieg ihn an. Der Äpfelchen begehrt ihr sehr und schon vom Paradiese her, von Freuden fühle ich mich bewegt, dass auch mein Garten solche trägt. Das antwort frage ich mich kaum auszusprechen, was Mephisto jetzt sagt, nämlich Mephisto mit der Alten. Einst hatte ich einen wüsten Traum, da sah ich einen gespaltenen Baum, der hat ein ungeheures Loch. So groß es war, gefiel mir es doch. Ich biete meinen besten Gruß dem Ritter mit dem Pferdefuß. Halt er einen rechten Pfropf bereit, wenn er das große Loch nicht scheut. Das würde ich jetzt nicht interpretieren. Und die Szene wird allgemein so gedeutet, dass sie sich dem Triebleben, dem niederen Triebleben völlig hingibt und er wird aber gerettet. Mephisto, siehst du dort ein blasses, schönes Kind alleine und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gretchen gleicht, was natürlich unmöglich ist. Gretchen wird ja nicht bei der Walpurgisnacht anwesend sein. Das heißt, er hat so eine Vision von Gretchen und in dem Moment lässt er von dieser schönen Hexe ab, der allerdings auch vorher so ein kleines Mäuschen aus dem Mund gesprungen ist. Die Glitessenz, was für das Verständnis des Werkes, glaube ich, wichtig ist, ist, erst durch seine Vision von Gretchen kann er sich von seinen niederen Trieben lösen. Zumindest hier in dieser Walpurgisnacht.